Sie sind hier, 21. August 2018, 14.21 Uhr, von Sven Sartison, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die neue Saison, der HBL steht im Zeichen eines möglichen Vierkampfes, Urheberrecht, Sport1 Grafik, Getty Images, Imago München, die neue Saison in der Handball-Bundesliga steht in den Startlöchern und Sport1-Experte Daniel Stephan analysiert die Chancen der Top-Klubs Der Sport1-Favoriten-Check, der HBL-Favoriten-Check zum Durchklicken, endlich geht es wieder los Am Wochenende startet die neue Saison in der Handball-Bundesliga Kann Überraschungsmeister SG Flensburg-Handewitz seinen Titel verteidigen oder funkt der THW-Kiel nach enttäuschender Vorsaison dazwischen? Sport1-Experte Daniel Stephan bewertet die Lage bei den Top-Klubs der Liga und ordnet ihre Chancen ein Der Sport1-Favoriten-Check zur Handball-Bundesliga Läuf aus dem